Hallo liebe Vagegeborene, schön, dass ihr dabei seid beim neuen Orakel, heute für September. Ich starte mit dem Symbolon Orakel für eure Grundüberschrift und gerne könnt ihr auch die Legung zu eurem Aszendenten anschauen, der ab 42 Jahren relevant wird für neue Wesenszüge. Ich bin mir sicher, ihr spürt immer mit, wegen der Rollern, die können vertauscht sein, also Mann-Frau, gleichgeschlechtliche Partnerschaften und wenn ihr während der Premiere mit dabei seid, dann kommt mit unten in den Superchat, ich freue mich auf euch. Welche Überschrift will sich für die Vagegeborenen zeigen für September? So, wir starten mit der Depression. Hier habt ihr Angst vor tiefen Gefühlen, hier seid ihr in der Versuchung in dieser dunklen Kammer sitzen zu bleiben und regelrecht zu versteinern, weil ihr nicht das Licht am Ende des Dunnels seht. Dieser Mann schaut auch auf den Boden, also schaut mal, wie ihr durchs Leben geht oder einfach nur durch eure Umwelt. Habt ihr den Blick geradeaus oder geht ihr mit gesenktem Blick durchs Leben? Da könntet ihr vielleicht so manches verpassen. Dann haben wir die Scheinheiligkeit. Also hier dürft ihr euch entscheiden, wählt ihr die dunkle oder die helle Seite. Ihr habt immer die Wahl, auch wenn ihr vielleicht momentan das Gefühl habt, ihr kommt aus diesem dunklen Loch nicht raus. Jeden Tag aufs Neue habt ihr die Wahl, jeden Moment aufs Neue. Und hier ist sehr wichtig, dass ihr euch nicht von bestimmten Situationen, Personen in Versuchung führen lässt. Und der Ausgang ist die Seelenverbindung. Hier werdet ihr euch mit Gleichgesinnten verbinden, vielleicht Familie gründen, vielleicht ein Projekt in die Welt rufen, vielleicht eine Firma gründen. Also hier sind mehrere Menschen auf Seelenebene verbunden und entwickeln oder schöpfen ist noch viel besser gesagt etwas Drittes. Was dieses Dritte auch immer sein mag. Also hier jedenfalls ist eure Seele gefragt und wenn ihr der nicht Achtung schenkt, werdet ihr depressiv, liebe Werke, Geborene. Und wir schauen uns jetzt die Details im Zigeunerorakel an. Wir haben hier zweimal plutonische Themen liegen. Pluto prüft immer die Unterwelt. Ob ihr da nicht irgendwo festhängt vielleicht. Im September macht den Mittelpunkt der Regung das Geschenk. Einerseits auch bereichernde Zeiten, eure Talente. Vielleicht schenkt ihr eure Talente, vielleicht werdet ihr beschenkt, vielleicht sind es materielle Geschenke, vielleicht sind es Gefühle, die ihr teilen möchtet. Denn diese Karte ist sehr gefühlvoll, sehr liebevoll. Vielleicht habt ihr euch da bestimmten Gefühlen verschlossen. Könnt ihr Geschenke annehmen oder macht ihr lieber Geschenke? Also dann übt mal die gegenüberliegende Seite, die ihr gar nicht mögt oder könnt. Dann haben wir das Glück daneben und die Witwe. Also hier geht es um glückverheißende Geschenke. Vielleicht von einer Frau, die hier im Reifeprozess ist. Vielleicht von einer Mutter. Vielleicht seid ihr das Geschenk. Oder könnt die Geschenke nicht annehmen. Schaut mal in welcher Position ihr euch hier wiederfindet. In den Gedanken haben wir die Beständigkeit. Ihr habt den Wunsch anzukommen im Leben, beständig zu werden. Auch Verbindungen sollen standhaft sein und nicht immer hin und her oder on und off. Und es ist die stärkste Berufskarte im Weg. Vielleicht habt ihr hier auch eine Entwicklung im Berufsleben, wo ihr immer mehr Bereicherung erfahrt oder das haben wollt. Denn es ist ja auf der Gedankenebene. Im Unterbewusstsein haben wir das Unglück. Das bedeutet für mich, dass ihr hier einen großen Umbruch erfahren werdet. Und dass es in herausfordernden Zeiten oder trotz herausfordernder Zeiten immer wieder zu Geschenken kommt. Dass Situationen zu Geschenken werdet. Es hängt von euch ab, wie ihr diese Herausforderungen meistern werdet. Dann haben wir in der Vergangenheit die unverhoffte Freude. Hier ist euch etwas super Positives wiederfahren. Hier habt ihr vielleicht ein Angebot bekommen oder ihr habt ein Angebot ausgesprochen. Vielleicht waren es plötzliche finanzielle Zuwendungen. Ein Geschenk, wie es ja schon hier liegt. Und das zieht sich noch in den September hinein. Vielleicht wisst ihr einfach nicht, wie ihr damit umgehen sollt. In der nächsten Zukunft haben wir die Heirat. Hier habt ihr die Möglichkeit, den Haushalt zusammenzulegen, zu heiraten, Co-Kreationen oder Teamwork zu pflegen. Das hier sehr, sehr wichtig werden wird. Vielleicht auch Familienbetriebe. Und es geht mit Sicherheit um die Fröhlichkeit. Hier kommt im September neue Leichtigkeit in euer Leben, weil ihr vielleicht depressive Verstimmungen in eurem Unterbewusstsein angeschaut habt. Und jetzt nicht mehr im Loch sitzen bleiben möchtet, sondern ihr wollt wieder raus an die Sonne, das Leben genießen, feste feiern. Eure Verbindungen pflegen. Die Verbindungen, die hier etwas Drittes gebären. Und die Verbindungen, die eure Seele nähern, soll ich euch hier sagen. In eurem Umfeld geht es um das Thema Tod. Vielleicht verliert ihr hier einen liebgewonnenen Menschen. Vielleicht geht es um eine Transformation von eurem Umfeld. Vielleicht verlasst ihr euer Umfeld, weil ihr euch in neue Gefilde begeht. Ja, das ist hier auch möglich. Und diese Transformation oder auch eine bestimmte Trennung von eurem Umfeld bringt euch jetzt wieder neue Leichtigkeit ins Leben zurück. Also seid mutig, liebe Wägelgeborenen. Ja, vielleicht dürft ihr euch hier von dunklen Menschen Situationen verabschieden, um mit lichtvollen Seelenmenschen euch zu umgeben. Hoffnung oder Befürchtung ist der Verlust. Hier habt ihr Verlustängste, die im Raum stehen. Vielleicht habt ihr hier Angst, eure Beständigkeit zu verlieren, wenn ihr eurer Seele folgt. Das ist meistens ein sehr typisches Phänomen. Vielleicht habt ihr Angst, euren Beruf zu verlieren. Das ist hier auch möglich. Hier habe ich das Gefühl, dürft ihr ein bestimmtes Risiko eingehen. Wie geht es aus, die Gedanken aus dem Kopf, der Richter und der Besuch? Hier habe ich das Gefühl, dass ihr einen Plan aushacken werdet mit der Gedankenkarte, auch wenn sie euch Kopfzerbrechen bereitet, eure Pläne vielleicht. Vielleicht wollt ihr hier einen Richter, eine machtvolle Position, Person konsultieren, um Rat fragen und in einem bestimmten Meeting werdet ihr vielleicht schlauer werden. Aber nur vielleicht, denn die Karte liegt auf dem Kopf. Vielleicht versprecht ihr euch von einer bestimmten Konsultation mehr. Bekommt ihr es dann auch, ist hier die Frage. Und ihr wollt neue Gerechtigkeit grundsätzlich in den Raum bringen, in euren Verbindungen. Vielleicht wisst ihr noch nicht, wie ihr das anstellen sollt. Vielleicht geht es hier auch um das Ausbalancieren von Geben und Nehmen in euren Verbindungen. Und es ist wichtig, dass ihr das mitteilt und kommuniziert. Und vielleicht solltet ihr hier mal mehr die Gedanken ausschalten und die Seele sprechen lassen. Und am Deck haben wir den Witwe. Vielleicht sind die Männer der Schöpfung hier aufgefordert, sich weiterzuentwickeln. Vielleicht wird hier zwischen der Witwe und dem Witwe ein neues Level angezielt. Es kann für eure Eltern stehen, die einen großen Einfluss auf euer Leben haben. Auch für eine mögliche Trennung, aber wieder Verbindung. Wie gesagt, endlich auf der Seelenebene. Ich wünsche es euch, denn das sind die Verbindungen der neuen Zeit. Gut, da ist jetzt die Seele gefragt, nicht der Verstand. Ich werde euch jetzt zum Finale noch einen Engel ziehen als Begleiter für den Monat September. Ich bin gespannt, was ich da für euch zeigen möchte. Hier zeigt sich, fülle deine Waagscheine. Vielleicht lebt ihr das Muster aus eurer Herkunftsfamilie, immer zu geben, zu geben, zu geben. Und irgendwann seid ihr leer, weil ihr nicht empfangen könnt. Ich habe euch schon gefragt, könnt ihr besser geben oder könnt ihr besser nehmen? Dann lernt die Gegenseite zu stärken. Ja, das hängt sehr stark von eurem Verhalten ab, wie ihr das jetzt verändern möchtet. Und hier kommt auf alle Fälle neue Fülle in euer Leben. Wenn der Kinderwunsch im Raum steht, kann auch der jetzt endlich in Erfüllung gehen, sollte sich darum handeln. Auf alle Fälle geht in die Fülle und bleibt nicht im Mangel sitzen. Auch nicht im Opferden. Die Opferitis Humana, wie der Veit Linder auch so schön sagt, ist ja eine weit verbreitete Krankheit. Lasst euch von der nicht auffressen, so würde ich es formulieren. Mit diesen Worten schließe ich ab. Ich hoffe, meine Worte konnten euch inspirieren. Ich danke euch wie immer für jeden Daumen hoch, für jedes neue Abo, das eingeht, für all eure lieben Kommentare, wie es euch auf eurem Weg ergeht. Für private Legungen und freiwillige Spenden findet ihr die Infos wie immer unten in der Box. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Alles Liebe, eure Sandra.